Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tropico 5 mit der fünften Mission der Kampagne und zwar lautet der Titel dazu Verfolgungswahn und den werde ich auf Fortuna spielen. Die Bedrohung durch die atomare Vernichtung hat uns Furcht, Misstrauen und Paranoia gebracht. Auch mein Freund und Mentor Leon Kane ist erschöpft und besorgt. Er fürchtet um sein Leben. Ich persönlich glaube nicht, dass ein Attentäter einen von uns beiden erwischen wird, aber es ist vernünftig von Kane, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Er hat mich um Hilfe gebeten und ich werde da alles tun, was in meiner Macht steht, um ihm zu helfen. Mein Leben ist in Gefahr, Präsidente. Ich habe gerade erst einen Attentatsversuch überlebt und fürchte, dass es nicht der letzte war. Wir brauchen einen Doppelgänger, der genauso aussieht wie ich und mich in der Öffentlichkeit vertritt. Okay, das ist unser Ziel, 32 Touristen hierher zu locken. Dürfte eigentlich kein größeres Problem sein. Bevor wir aber loslegen, würde ich mir als erstes mal ganz gerne einen Standort mir raussuchen, den ich erschließe für meine zukünftige Touristenhochburg. Also was ich halt ganz gerne machen würde, dass der einen eigenen Hafen erhält. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, Hafenanlage. Wie der Hafenanlage kommt mit einem Handelsschiff. Gibt es da für Touristen was extra? Nö. Flughafen gibt es noch, Aerotron. Kreuzfahrtschiff. Nö, nö. Ich denke, die kommen alle über die Hafenanlage. Ähm, ja. Also in dem Gebiet wird schon mal nichts, weil da habe ich meine zwei Erdölvorkommen. Ähm, die ich irgendwann mal erschließen will. Und da hinten ist sogar ein Goldvorkommen. Das ist auch interessant. Also da wird schon mal nichts mit Tourismus. Hier vorne sowieso nicht. Oh. Antike Ruinen. Ja, ich glaube, das wird was. Also da werde ich doch wahrscheinlich in dem Bereich was machen. Ähm, bevor ich aber das Geld verpulver, muss ich mal gucken, was hier zurzeit anliegt. Ja, da ist nämlich hier schlechte Gesundheitsvorsorge. Und wieso ist die so schlecht? Kann es sein, dass es Personalmangel ist? Weil da überall freie Plätze sind? Ähm, schaut beinahe so aus. Äh, wo war denn so eine Klinik? Da war noch eine. Was brauchte die denn? Universität brauchte die denn? Was haben wir denn? Sieht man irgendwo die Bildung? Also, nach wie vor diese ganzen Ähm, Übersichten und Statistiken und so, die sind total schlecht gemacht. Das fand ich im 1.000 mal besser. Äh, Arbeitslose Universität, keine Highschool, vier Stück. Hm. Sieht man irgendwo die Bildungsrate? Bevölkerung Arbeitslos. Was? 175 ab. Ja, okay. Da sind noch Kinder mit reingerechnet. Also, das ist ja Quatsch. Zu Schrecken bekommen. Äh, sieht man das? Bildung? Sieht man nirgendwo? Wie schaut's in der Arbeiterschaft aus? Ja, das sieht man auch nicht, die Bildung. Das ist echt zum Mäusenmelken hier. Ja, sieht man nirgendwo. Und, hallo? So. Ich vermute mal, oder ich gehe stark davon aus, dass wir eine Universität brauchen. Und das wird jetzt auch als erstes mal mein Ziel sein, um die ganzen Versorgungslücken zu schließen mit mit gut ausgebildetem Personal. Wo baue man das Ding hin? Das muss halt irgendwo hingebaut werden, damit auch jeder hinkommt. Vermute ich. Da kann man es nicht. Dann bauen wir es halt doch da hin. Wir haben halt doch da die Uni hin. So. Und da war schon ein großer Teil des Geldes weg. Und mit dem nächsten Schwunggeld, was ich bekomme, wäre ich da oben in die Richtung eine Hafenanlage bauen. Lügen verbreiten. Sie sagen, Sie sagen, dass wir verarmt sterben werden, wenn wir nicht statt zum Strand in eine Fabrik gehen. Nun, ich sage Ihnen, dass das eine dreiste Lüge ist. Je mehr Menschen zum Strand kommen, desto mehr Drinks verkaufe ich. Könnt ihr nicht sehen, dass es das Vergnügen ist, das die Wirtschaft von Tropico antreibt? So, Forschung. Ja, da machen wir Ölbohr-Turm. Dann können wir nämlich die Ölquellen nach hinten anzapfen. Okay, das sind 8000, die können wir jetzt schon mal investieren. Und zwar, was ich auf jeden Fall brauche, ist eine Hafenanlage. So, wo ist denn jetzt? Da ist die antike Städte. So. Dann brauche ich als nächstes Oh, da fliegt so eine Mucke rum. Das geht mir auf den Nerven. Eine Straße hier rein. So, die müssen wir nachher noch rüberziehen in die Stadt. Da werde ich auf jeden Fall schon mal einen Abzweig machen. Und dann brauchen wir ein Baubüro. das bauen wir direkt daneben. Ne, das bauen wir hier hin. Und ein Transportbüro. Das bauen wir direkt daneben. und das kriegt hohe Priorität. Des Weiteren haben wir jetzt schon wieder kein Geld mehr. Dann ziehen wir erst mal die Straße rüber. Äh, die bauen wir jetzt so ein bisschen entlang in den freien Flächen. Das war jetzt nicht schön, aber es ist ja mehr oder weniger nur die Hauptverkehrsader. wird so wichtig. Da wird kaum was wahrscheinlich was dazu gebaut werden. Ähm, okay. Da könnte man fast überlegen, ob man die Straße nicht hier rüber auch noch mal ziehen sollten. Grat. 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 Ja. Ich glaube, das ist ganz gut. So, was ich dann noch bauen muss in dem Bereich ist auf jeden Fall Häuser. Und ich würde sagen, wir bauen da keine Mietskassaden hin, sondern Landhäuser. Weil es soll ja, das Gebiet in dem Bereich soll ja touristisch erschlossen werden. Da kann ich ja nicht irgendwelche Wohnbunker hinbauen. Wo es ein bisschen was ausschauen. und die bauen wir bauen wir hier entlang. Ähm, drei, eins, zwei, drei. Das sind 24 Wohneinheiten. Das müsste erst mal langen, glaube ich. Dann können wir noch ein bisschen was für die Schönheit machen. Das es nicht gar so karg ist für die Tropicana. Ja. So. Wie schaut's denn damit aus? Okay, da sind die noch dran. Schneller Bau. Dann verkneife ich mir. Mach ich jetzt sowieso dafür kaum Geld. Was wir jetzt noch machen können. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das aus Stromversorgung hier ausschaut. Das blöde ist halt echt, dass das nicht so weit rausreicht. Gibt's da nicht. Mal gucken, was da noch. Ah, Umspannwerk. Damit können wir die Reichweite des Stromnetzes erhöhen. Das brauchen wir. Genau. Die setzen wir hier hin. So. Und. Ne. Ich hab nur noch 3000 Dollar. Die hebe ich mir jetzt erst mal auf. Ich mag mich bei meinen sorgsamen durchgerechnet. Okay. Na Hacienda sollen wir bauen. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil ich muss mich jetzt erst mal darum kümmern, dass die Uni steht und dass unser Platz für die zukünftige Tourismusbranche hier mehr oder weniger erschlossen wird. So, da können wir mal ein bisschen schneller machen. Was hat das Trockendock mir eigentlich nochmal gebracht? Nix. Zusätzliches Handelsschiff. Okay, die Uni ist fertig. So ich gerade. Ähm, jetzt erhöhen wir auch mal ein bisschen dieses Budget, weil das ist jetzt mehr oder weniger brauchen wir schlaue Köpfe. Das Problem ist bloß, die werden jetzt alle aus den Kliniken rausrennen, genau. Und da müssen wir jetzt erst mal kurzfristig mal nachhelfen. Müssen wir halt doch nochmal einen Gastarbeiter holen. Ähm. Das ist natürlich nicht die Welt. Okay. Zehn von zehn. Also die Uni ist schon gut ausgelastet jetzt. Äh, wen können wir denn einladen? Aktuell 65. Ja, wie komme ich da zurück? Gar nicht aus. Hm. Nee, abreißen möchte ich's not. Hä? Also hier komme ich mit rechter Maustaste raus. Und hier komme ich gar nicht raus, oder was? Scheibenkleister. So. Abschlüsse zwei. Ähm. 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 so wie schaut es denn da hinten aus da steht es mehr oder weniger hat sich noch nicht viel getan kurz schneller bank also wir brauchen so zeit einen haufen leute mit uni abschluss ich hatte irgendwo eine high school abschlüsse können wir die noch effizienter machen so jetzt haben wir nötige kleingeld jetzt können wir hier langsam anfangen weiter zu planen ich sehe da gerade was vielleicht sollten wir uns erstmal der umweltverschmutzung annehmen ganz deutlich zu sehen dass wir ein riesiges umweltverschmutzungsproblem haben das werden wir dann auch jetzt erstmal angehen dafür brauchen wir aber strom sehe ich gerade ist das ding gebaut worden rot ist nicht gut oder oder was heißt das jetzt ach du scheiße da fehlen mir auch leute jetzt müssen wir als erstes mal wieder hier wo ist denn die uni das budget runtersetzen also wir haben massiven fachkräftemangel also das was wir unseren politikern immer vorwerfen dass sie zu wenig für die bildung tun das ist mir jetzt hier passiert und ohne strom brauche ich auch nicht an die recyclinganlage zu denken ja wir werden jetzt auf jeden fall zwei gastarbeiter schon mal holen das kostet uns zwar was aber es hilft mir nix aber es ist es ist wirklich ein ausbildungsproblem hier bei mir so ok jetzt gibt es mal wieder strom und jetzt müssen wir doch noch mal gucken wegen unserer recyclinganlage wo findet man die bau kraft umspann parkplatz muss er wenn dann irgendwo da sein oder klinik forschung ausbildung Luftschad Recycling hallo okay alles gut Uni observatorium hmm finde ich nicht Bergwerk, Oldsfeller, Fischerei, Bergwerkfarm das ist alles nur Förderung sehr gut, Konserven, Stahlfabrik, Möbelfabrik das ist auch nicht drin, Wohnen, sowieso nicht ach, da ist er bei Unterhaltung und Umwelt gut jetzt müssen wir die bloß da irgendwo hier reinsetzen wo es am meisten Sinn macht oh, ich sehe Straßenanbindung ja mit Straßenanbindung dann bauen wir sie es da rein so, jetzt können wir wieder ein bisschen schneller machen weil das Geld ist ja alles verblasen so, hier sind meine zwei Gastarbeiter ich hoffe, die bleiben auch da drin ok, jetzt läuft es ein bisschen besser das fällt natürlich auch wieder, wenn die abwandern sollten die zwei hier gut, aber jetzt kümmern wir uns um unser Tourismuszentrum wenn die irgendwann mal anfangen wollten zu bauen transport zu weit von einem Straßennetz mit angeschlossenem Baubüro ach, da fehlt ein Stück Straße wieso kann man das nicht vorher sagen oder warnen aha, ja dann müssen wir jetzt doch mal schneller Bau machen ähm, das war natürlich nicht so schön da sind wir uns ein Haufen Zeitflöten gegangen so, die Uni, können wir die nochmal hochpushen irgendwie? ähm, jetzt fehlt schon wieder einer was macht denn ihr, rennt ihr immer hin wechselt ihr ständig eure Arbeitsplätze soll denn der Mist ähm, jetzt geht's auch ein bisschen schneller hier unten voran so, wie verfahren wir mit unserer Touri-Falle ein Hüttendorf Hütte ist immer schön, wenn das ein bisschen am Strand ist machen wir da eine hin und da ziehen wir jetzt erst mal eine Straße hin na, so macht denn die so Schöps und, 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 und die können wir da noch ein paar drüber ziehen ähm ne Taverne und die bringen wir dann ein bisschen hier in die Gegend oder machen wir die doch auch da hoch wir müssen über die Bürger dem ne, machen wir eine da unten hin und die hier oben kriegen noch ein Restaurant und das bekommen die hier hin und dann machen wir noch eine zweite Tourismus-Falle machen wir noch eine Bunker-Anlage hin ok, da ist jetzt alles fertig gebaut äh, ja, so das ist in der Mache was brauchen wir noch für Touristen wir können jetzt schon mal die Straße weiter rüber führen so, ist das jetzt bis, ja, ist bis dahin gebaut wenn das wieder Unterbrechung ist und ich merke es wieder nicht äh, bum 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 ne, da holte ich nix Verordnungen Stadtentwicklung sendt die Kosten aller Wohngebäude zwei Jahre lang und 50% kostet aber was Volkszählung hm das sollte es uns mal 10.000 Dollar wert sein das sollten wir vielleicht mal machen weil ich habe sowieso keine Manager wir probieren es einfach mal so nochmal auf Tourismus zu kommen äh eine Klinik brauchen wir in dem Bereich schauen wir mal warten wir mal machen wir jetzt erstmal nix äh Militär ne, Militär machen wir da auch nicht wir sollen ja nicht klar wissen, dass wir im Polizeistaat sind äh was machen wir denn noch hm 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 opernhaus, ne caparee kostet aber so viel reiche Touristen, ne 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 öko Touristen kann man das da oben platzieren und wie komme ich da hoch zum bauen gar nicht machen wir mit äh was ist denn das auch ein goldvorkommen dann werden wir das goldvorkommen noch erschließen und dann mache ich da mit einer querverbindung da rein und mit dem goldvorkommen könnten wir dann fast eine schmuckfabrik bauen die dann allerdings strom braucht sich gerade aber könnten schon mal die straße anlegen dann vergessen wir das mit gerade straße rüber wieso will denn der das ding nicht bauen jetzt da haben wir zumindest schon mal die querverbindung so wie schaut es jetzt hier oben aus abschlüsse 10 arbeitsqualität steigt jetzt langsam ist immer noch so viele ausfälle wo sind denn die ganzen kliniken da müssen wir jetzt doch noch die statistik bemühen einfach zu wenig leute ja ich muss die budget erst mal erhöhen ich brauche die leute jetzt wir wurden zu sondierungsgesprächen für den handel mit dem gesamten ostblock eingeladen vier hafenanlagen zwei stück habe ich schon also ich könnte mir hier unten eine weitere vorstellen weil da unten sind die ölvorkommen dass wenn man auch angehen und die nächste brauche ich hier brauche ich hier noch eine nicht unbedingt sollte hier noch eine zweite bauen weiß ich nicht alles so zusammengepfercht da brauche ich lieber da unten zwei stücke weil da mit den felsen kann man sowieso nichts machen ja so machen wir deshalb bauen wir hier unten zwei stück so als kleiner kleiner hafen so wo sind denn die ganzen kliniken jetzt muss ich mal gucken wo die überall gelegen sind hier war es einst so schön wenn man nicht frech lady wenn mit 71 nur arbeiten darf das gibt es in anderen ländern nicht die müssen mit 67 müssen die aufhören also wir haben echt massives problem und jetzt die wollen jetzt rennen sie natürlich alle in die kliniken ich kann doch das ist ein mist ey wie schaut's denn mit dem ja wir preisen die mal die uds ssr die tropikaner erwarten wahlen für das nächste jahr sie wollen ihnen respekt und ewige treue erweisen kann sie auch gerne banker brauchen auch uni abschluss bibliothek habe ich ich habe einfach zu wenig kameradpräsident beim marschieren im glorreichen marsch der revolution zertrat ich versehentlich eine kleine ameise daraufhin musste ich lange über unseren ökologischen fußabdruck nachdenken zwei bungalows aber bungalow ist doch wahrscheinlich tourer zeug oder oder was soll denn das sein ja na das machen wir doch gerne alles für die umwelt zack 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 da sind auch keine leute zur arbeit da ähm wir hatten doch glaube ich irgendwo eine botschaft oder aber aber die hat nichts mit allen reisebehörden zu tun hm 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 wir haben zu wenig arbeitskräfte und es kommen zu wenig hier rein kann man dagegen was machen ähm so schauen wir nochmal wo es hängt oder wo es sapert oh gesundheitsversorgung geht auch sauber aber die unterhaltung lässt nach da müssen wir jetzt auch noch was tun aber es ist schon mal ganz positiv dass er sich ein bisschen was tut ähm kann man da noch eins hinquetschen ach wo machen wir das dann da hin ähm da ist auch nichts was ist hier ähm ich hatte doch da auch irgendwo ja machen wir eins da hin und was brauchen wir noch für die unterhaltung wir können jetzt nochmal so ein gärtchen irgendwo irgendwo hier hin pflanzen was machen wir da hin und das schauts jetzt aus ähm unterhaltung ähm nationalpark für bürger und touristen in der nähe die servicequalität hängt von der schönheit ab mhm zirkus gut ich brauche aber irgendwas hier in der nähe und dann machen wir erstmal eine taverne noch und dann irgendwo hier häuser noch da machen wir eine hin und 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 dann haben wir dazwischen rein noch eine gequetscht da machen wir eine hin da machen wir eine hin dann können sie sich zu totes haufen ähm Hafenanlagen ähm Hafenanlagen wollte ich so da werden wir nämlich jetzt gleich mal zwei stück bauen dann haben wir das nämlich auch hinter uns dazwischen äh dazwischen wo war die da einmal und noch eine zweite hier unten und dann brauchen wir eine Straße brauchen wir so ein bisschen einen Strand entlang das ist jetzt angeschlossen, das ist nicht angeschlossen, das sieht man immer so blöd so, da fahren wir weiter raus wobei zu weit auch nicht, weil ich weiß nicht wie viel Platz wir brauchen für diese Ölbauinsel äh, für das Ölvorkommen, wenn wir das abtragen wollen jetzt haben wir ein wenig Scheps das ganze gebaut kommen wir da noch raus? oh ja, super, dann machen wir lieber, ey machen wir so wie so eine Art Kreisverkehr hier rum und, 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 da können wir gleich eine hier runterziehen so, und eine ziehen wir hier hoch und zwar kürzester Weg ah, was macht denn der ja, wir haben die zwei Anlaufstellen was wir jetzt noch auf jeden Fall brauchen ist das obligatorische Baubüro wobei ich da fast schon geneigt bin, zwei zu bauen, aber, ne, machen wir erst mal eins und das bekommt hohe Priorität und was wir jetzt noch brauchen, da können wir jetzt ganz ruhig Mitzkas anbauen, weil ich da terroristisch nix machen wird, das wird so ein richtiges Arbeiterviertel und dann können wir noch da eins hinzimmern und da eins und dann haben wir genug Kapazitäten erst mal und ein bisschen Unterhaltung kann ich da auch schon mal sorgen, und zwar gibt's da eine Taverne und da treffen sich immer alle nach der Schicht und ne kleine Freizeitanlage und können sich unterm Baum hinocken mit ihrem Büchsenbier so äh, wie schaut's denn hier aus? ok, 22 Touristen haben wir schon läuft ja ganz gut ähm, beim Einser hatten wir immer gesehen, ob die zufrieden sind wie ist das hier? komm das ist der Arbeiter, der das schafft den wollte ich jetzt nicht sieht man da die Touristen? oh, das ist aber unpersönlich, find ich das sind die Arbeitnehmer und die Touristen sieht man gar nicht das, das fand ich beim Einser schön und da hat man die immer gesehen ah, da ist er auch, ein Tourist, oder? was da sind die ja, bist du auch in der Polizeistaat ähm, dum 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 ja, die sind anscheinend recht zufrieden naja, soll vorkommen wenn man auf einer Insel ist und rundherum nur Wasser und dann sind überall komische Palmen so, wie schaut's denn hier aus? weil das war ja auch so ein Problem mein, schaut's wieder gut aus ok, Zustimmung steigt langsam wieder ja, und bevor wir die 32 ähm, Touristen voll machen unterbrechen wir das erstmal hier und ich melde mich dann mit dem mit der Fortsetzung beziehungsweise mit dem zweiten Teil sofort ok bis gleich macht's gut Servus 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 Vielen Dank.